So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Meines Wortes hier bei... Ich wollte gerade sagen, warum komme ich auf Hausflippers? Also wir sind bei Minecraft, Gott wird nahm ich. Wir sind hier bei Minecraft, genau. Wir gucken mal, wo wir hier noch irgendwie was finden. Sonst können wir eine Etage weiter runter. Wir möchten eben keinen endlosen Gang haben, weil irgendwo läuft man viel zu lange. Dann müssen wir aber nur noch logisch überlegen, was bei Menzi glaube ich ein bisschen schwer ist. Wie tief wir gehen, damit wir eigentlich hier die Etage abgefasst haben. Ähm, sorry. So, vielleicht brauchen wir ja eigentlich nur runter gehen. Äh, wir können sogar die Spitzhäcke hier schon... Nice, freut mich. So, letzte Woche, letzte Folge hatten wir ja ein Datenschutzthema gehabt. Und was mit diesem... Wo wir mal nehmen... Äh, keine Ahnung. Liebe. Wir können Liebe nehmen. Warum ist man so schnell verarscht? Also falls ihr jetzt meine... Ding... Meine... Zuguckt... Ähm... Sie hatte jemand geküsst. Und beide sagen uns gegenseitig. Wir wissen nicht, ob das jetzt zusammen ist oder nicht. Wir machen vieles, was auch Paare machen. Muss man sagen. Äh... Und äh... Trotz man sich jemanden küsst. Wobei er in diesem Moment ziemlich süß zu ihr war. Das ist natürlich die Frage... Äh... Vertrauenssache. Äh... Ich sag auch niemanden... Bestimmens was davon. Niemand weiß... Äh... Äh... Der sie kennt. Weil... Man kann sein 1-1 rechnen. Gumpel hat auch... Schon ehens weniger typische Sachen wie ihr. Deswegen äh... Zum Beispiel erzähle ich ihn auch nicht davon. Ihm was jetzt noch nicht. Vielleicht auch... Äh... Aber... Es ist... Es ist für mich... Es ist so ein Hinterteil gewesen. Gestern. Deswegen bin ich auch so ein bisschen alkoholisiert gewesen. So. Gewesen. Bin ich. Gleich. Keine Ahnung, ob das immer noch anhält. Ähm... 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 Oh... In jeden Fall... Das ist doch... Ja... Ich weiß nicht. So... Jetzt muss ich mal überlegen. Ähm... Wie tief ich hier runter gehen muss. Arbeits-Ebene. Eben... Die da bleibt. Erste... Zweite... Da sein. Müsst jetzt richtig sein. Dann werden wir mal gucken. Wie haben wir hier alles darüber noch abbauen. Dass wir... Richtig zählen können. Dum-dum-dum-dum-dum. So das ist ja... Die oberste... Äh... Die Abbau-Farbe. Abbau-Abbau-Boden. Passt. Das kann man jetzt hier ein bisschen erweitern noch. Zum Glück habe ich das gemacht. Auf beiden Seiten. Das ist geil. Das ist nochmal ein Klick. Da ist immer ein fettes Glück glaube ich. Obwohl geiler wäre es, wenn es Diamanten sind. Aber Diamanten sind wir ja sowieso noch nicht. Ich habe sowieso noch kenne ich den Plan mehr, wie ich das mit dem Haus alles gestalte. Hm. Ne, gut. Wir sind wirklich eine Produktion. Ich hätte es gedacht. Ähm... Weil... Eine Zeit lang, wenn die Videos mal kamen. Und ich jetzt Montag... Montag... Donnerstag... Und... 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 Alles wahrscheinlich am Wochenende. Das würde glaube ich... Uns allen gefallen. Alles kann jetzt mal so eine XXL Folge machen. Gefällt mir ja. Alles ist ja sowieso mein... Mein Spiel meiner Liebe. Nicht so richtig, aber... Ich glaube ihr bist auf was ich hinaus möchte. Suchen wir mal. Ähm... Was ich jetzt hier reingehe. Doch. Passt. Gehen wir hier rein. Hier habe ich hier drauf. Es ist ja bloß wichtig, wenn eine bestimmte Person geschreit. Mit der ich heute noch zocken möchte. Bisschen... Ne. Wollen wir eine andere wichtige Person. Ja, es ist ein... Ich zeige jetzt mal meine Liebe. Es ist schon ein mieses Thema. Und... Kann verletzend sein. Muss aber nicht. Wir machen jetzt noch die Spitzeige zeigen. Dann laufen wir in eine Richtung durch. Dann muss ich aber die Parts gleich schneiden. Und dann gehen wir wieder hoch. Leeren unsere Taschen aus. Die Länge reicht eigentlich auch wieder aus. Keine Ahnung wie lange das ist. Ich ziehe hier nicht nach. Ich ziehe hier. Ja, 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 ja. Mann, wir machen jetzt aber... Ja, ja, ja. Sieh. Ich zieh. Ich habe die Uhrzeiten vorzunehmen. Oh! Könnte man noch nicht wieder! Wenn man hier... Wenn man... Könnte man? Kann man? Ja. 10 Minuten. Ich weiß nicht. Kann man. Ich weiß nicht. die alles wieder voll Koli und fassen sich gut wir haben eigentlich über das Deck ja ich weiß Antrazitus Diodos und Granitus nochmal hier auch noch gefunden ist auch noch groß und so wie soja Perfekt ich hab doch auch noch gemischt und noch eine Musik Na richtig jung hab ich ja noch nicht würde ich sagen Leute wenn ich da ganz gut gefallen immer noch oben wenn ich einen Daumen unten schreiten kann dauernd nervt sind wir ja auch nicht ich würd sagen einpackt sind wir noch hier unten und in den nächsten paar Zimmer gehen wir wieder hoch und gucken wir uns mal auf unserer Lage an was wir da jetzt so richtig machen und dann bis zum nächsten Mal sagt der Menzi Ciao Ciao